Da in Amerika ab der 1930er, 40er Jahre besonders viele Western gedreht wurden, war ab diesem Zeitpunkt der Begriff amerikanische Einstellung geboren. Diese, auch Dreiviertelschut genannte Einstellung, zeigt Personen vom Kopf bis zu den Knien, wobei also auch die Hüfte ein zentraler Blickfang ist, an welchem bei den damaligen Westernhelden ja bekanntlich der Kolb befestigt war und das Zuschauer somit besonders gut mitverfolgen konnte, was diesbezüglich in der Hüftregion direkt passiert. Aufgrund der amerikanischen Einstellung ist es Schauspielern besonders gut möglich, auch ohne Worte, dafür jedoch umso mehr durch ihren Gesichtsausdruck oder Bewegungen, die sich in diesem Bereich befinden, einen Gefühlsausdruck zu zeigen. Auch heutzutage findet die amerikanische Einstellung noch des öfteren Verwendung, so unter anderem in Actionfilmen.